Ausschließlich mit Kombi-Waffen. Wer ist der coolste? Du nicht! Warte, dann kann ich da mein, ähm, Dingens hinsetzen, oder? Weil der lockt ja an. Der CEO überhaupt zum Schießen kommt, der schießt nämlich überhaupt echt mal wieder. Scheiß Bär. Der schießt immer nur viermal und das war's. Nix. Get it on! Ich hab den am Kopf gehalten und weggeworfen. Gut. So, jetzt Haupt-Story, oder wie? I guess. Hier vorne ist halt auch was Tolles. Was haben wir denn hier? Autobombe. Atombombe. Fast. Du hast sogar eine Bombe nach mir geworfen. Äh, ne, aber ein Ort ist neben mir explodiert, weil ich's geschlagen habe mit einem Hamburg. Aufdringlicher Bär. Warum findest du die ganzen Bären? Keine Ahnung. Und wie mach ich den denn jetzt aufdringlich? Ja, das hier ist hinten auf ein ferngesteuertes Auto. Auf ein ferngesteuertes Auto? Keine Ahnung. Oh. Vielleicht mit dem Rasenmäher, hier. Nö. 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 Stück Scheiße die Sackkarre Ich höre immer nur von dir Unglaublich Auf zum nächsten Den hast du auf den Boden geworfen Ja Was hast du für einen komischen Stachelhelm Gib mir eine ultimative deutsche Käse Unglaublich Unglaublich Verlorene Melone Oder verdorbene Verdorbene wahrscheinlich Wo wir hier hin 150er Kombo 151er sogar So Das sind wirklich viele Greif danach Du greifst danach Nimmst dir das weg Ich mach noch voll'n fremder Füße Oh Wenn ich hier ein Dingens finden würde Das geht natürlich auch Du kannst die Kisten hier zerstören Da ist was drin Ja Nicht ich Das sieht cool aus Das sieht cool aus Die Mugel an Hä Starke Keule Großartig So So dann mal rein Gut Wer zum Teufel Ein Stück Dreck Das ist enttäuschend Das ist enttäuschend Also ich sag's Anni Ist sie da? Woher kennst du Annie? Ich könnte dich reinlassen Wenn du was für mich tust Und was genau wäre das? Wir mussten unsere anderen Verständlichen Händen verlassen Ich musste wichtige Dinge dort lassen Meine Tätowieausrüstung ist in der Schule und Entspannen Sie sich mal Er ist in einer Schacht Okay Ich hole dein Zeug Aber dann lässt du mich zu hier Genau Die Tätowieausrüstung aus der Schule Die Ringkarten aus dem Haus Achte auf das Graffiti Okay Lady Abgemacht Hätt's auch alleine machen können Doch Diese Bienkönigen setzen wir irgendwie nicht ein Ich schuld Ich nicht Deine Schuld Jetzt macht er endlich mal was Und du fährst über den Dankeschön Jetzt kann er auch nichts mehr Ich bin endlich mal Hä? Ja der Er Macht endlich mal was Und du fährst einfach drüber Ich hatte mich geschehen Da vorn seh ich was Ja Panikklatsche Ich kann vorne rein Ich kann's oben drauf Und alles abschieß Der kommt hier nicht durch Gut Der ist irgendwie zu lahm Ich steig oben Sie sind total verrückt Okay ich komm mit Das gehen Okay Das hast du mir grad zerstört Wo hin geht's Wo fährst du so lahm? Bis die Verkehrsregeln anhalten Hier war immer noch dein Ein Eines Motorrad Was du hier geparkt hattest Nicht jetzt Das wird einfach gespeichert So lang Ich schämt Ich schämt Oh mein Gott Oh mein Gott Hembader Und du stirbst Ja Hast du einen Hamburger gemacht? Nein Ich hab was viel besser Ein Hamburger Nein Wie besser denn Level 31 Nachten 20 3 Attributpunkte dafür erhalten Football Zombies können Kann man einfach nie detecten? Ja, das sind Football-Zombies. Also Rugby-Zombies. Ja, das ist American Football. Bei Rugby hat man kein Flammenschwert. Du bist Brasswett und du bist ein Motoröl. Und zusammen kriegst du... The Power of Grayskull! Die sichere Zone. Welche sichere Zone? Die, in der ich da bin. Bei mir ist gerade alles andere als sicher. Oh, okay. Jetzt. Wo sind hier noch Zombies? Hier überall. Wenn ich meine Funktionen darstelle. Die Kugelzone geserbert. Das ist auch wieder so ein Buch. Äh, scheint nicht so. Äh, scheint nicht so. Müssen wir jetzt wieder zurück. Äh. Ich fahr doch irgendwas von einem Ehering auch noch. Ja. Während du da beschäftigt warst, habe ich hier draußen ein bisschen aufgegriffen. Ja. Weißt du, wie du bestimmt mit Nachnamen hast? Wie denn? Ipsum. Wann wir das nichtizenmal oft? Ja. Das ist jetzt nicht schon so ein Präger geworden. Nein, ich seh dich nicht. Du siehst aus wie so ein alter, äh, ein alter Lehrer. Ich hab dich gerade weggekriegt. Nee. Du kämpfst wie ein Folter. Komm schon. Wie viel hast du gekehlt? Äh, fast 7000. Ich auch. Was machst du da? Junge, schieß. Hör auf, auf mich zu schießen. Ich schieße auf Zombies. Warte kurz, ich steig gleich rauf. Fuck you. Ich hab gehubt. Jetzt gibt's schon wieder der Typ, der Zeit zum Spielen gesetzt hat. Noch 6 Stück. Noch 6 Stück. Aua. Da drüben, hol die Neust! Wo ist deine Mama, Scheiße? Wo ist deine Mama? Jetzt wird's heiß! Jetzt wird's heiß! Bauplan! Aber Angst! Okay, das hat die Lüge! Das wird ein Spaß! Das wird ein Spaß! Halt mir die kleine Mama, Scheiße! Ich hab' übergeschnappt! Diese Stadt ist voller Marsch! Sie ist schlimmer als für alle Zombies dieser Welt! Und tote Lösung! Das ist ne Zementsäge! Das reicht nicht, also mein Spaß! Was zum Teufel stimmt mit dir nicht! Zeit zum Spiel! Burn, baby burn! Ich hab' ne Yoga-Hose! Lure! Heavy Metal mit zwei Baseball-Schlägern! Hab' dich, du Wichser! Hab' dich, du Wichser! Jetzt müssen wir zu dir zurück! Kannst mal aufhören, immer auf mich zu schießen! Ich schieß' nicht auf dich! Das hat einfach eine große Reichweite! Das hat mich in dem Haus attackiert! Ja! Ja! Ich schieß' nicht! Ich schieß' nicht! Ich sch 17 Jahre alt! Jetzt CRIS COンピérix! weißt du was hier oben ist was ich mal wieder geboren habe ich hier gerade haben werden habe ich in dieser session schon gegessen wie lange ist die session keine ahnung vier stunden bestimmt fünf stunden das ist nicht wow Partie Handschuhe Heavy Metal Heavy Metal kann man irgendwie am einfachsten machen ja mit dem kämpfe ich auch dem er sitzt hat die haben aber ein schlechtes moveset finde ich ich mags